Ich bin der Schreitner Hans-Jürgen von der Levis der Schulherleiten-Mosi. Ich bin Kunde da beim Hidden Fronts und als solcher habe ich mich vor kurzem eine Harmonika-Beam gekauft. Da hat es mehrere Anlässe dafür gegeben. Das ist eine Harmonika der Marke Strasser. Ich habe die aus mehreren Gründen bestellt. Erstens, weil ich eine andere Stimmung gebraucht habe als eine ADGC. Das nächste ist, dass ich Halbtöne auf der Diskanzseite gebraucht habe und natürlich habe mir auch den Bass chromatisch belegen lassen. Und wie das klingt, das werde ich jetzt kurz zeigen. Ich bin der Schreitner. Neupper & Die Sprommel Deine Träge Vielen Dank.